Hallo Fans, Regime für heute. Wie der Zunderschwamm der echte wirkt bei mir, da ich den jetzt schon die ganze Zeit trinke und zu mir nehme, auch im rohen Zustand, so gekaut, weil der mir richtig schmeckt, muss ich sagen, ich bin zwar fix und fertig, so rein muskulös, so wie nach dem Training, aber ich will nicht aufhören. Ich habe Lust noch mehr zu machen und ich fühle mich so vital, ich denke noch nicht mal an hinlegen und schlafen gehen. Ich will zwar nichts mehr machen, weil ich dann weiß, ich habe morgen Ultra Muskelkater, aber vielleicht ja auch nicht, vielleicht habe ich ja deswegen kein Muskelkater. So geht's, Pia.